Hallo zusammen, ich bin der Deutsche Lahr und schau wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um eine ganze Menge Achievements und zwar um insgesamt 27 Stück. Heißt, das sind wirklich einige. Jetzt wird der eine oder andere von euch denken, oh, das wird ein ganz schön langes Video. Keine Sorge, so lang wird es nicht, denn alle diese Achievements spielen so etwa im selben Bereich rein. Es gibt ein Meta-Achievement und dieses Meta-Achievement finden wir unter Erkunden und an Dracheninseln und das schimpft sich einmal in den Sturm. Für dieses Achievement müssen wir vier Unter-Achievements absolvieren. Und ja, das bleibt nicht bei den vier Achievements, denn von den Unter-Achievements gibt es wieder Unter-Achievements und von dem Unter-Achievement gibt es wieder Unter-Achievements. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal die Reihe an und zwar, wenn wir jetzt aufs Erste draufklicken, es heißt dann Sturmjäger und dafür müssen wir dann wieder vier Achievements absolvieren. Zum Beispiel, wenn wir aufs Erste dann wieder draufklicken, haben wir Sturmjäger an der Küste des Erwachens und das hat wieder vier Unter-Achievements und wenn wir dann hier draufklicken aufs Erste wieder, Gewittersturm an der Küste des Erwachens, seht ihr, haben wir in Balken was auffüllen müssen. Was sind das jetzt alles für Erfolge? Und zwar gibt es seit der dritten Woche, glaube ich, in Dragonflight hier verschiedene Events, die schimpfen sich Elementarsturm. Da sind meistens immer zwei gleichzeitig ab. Zum Beispiel haben wir jetzt hier in Taldrassos einen Feuerelementarsturm. Das seht ihr hier an diesem Feuersymbol, beziehungsweise steht auch dran, dass die hier quasi einen Feuersturm mit der Primalisten wütet durch Thürshold und so weiter halt. Also hier haben wir zum Beispiel eine Feuerinvasion und jetzt gucken wir mal, wo wir die andere haben. Anscheinend haben wir jetzt gerade nur eine Feuerinvasion, so wie ich das sehe. Oder ich habe die... Ah, nee, da unten. Da unten haben wir dann noch eine Gewitterinvasion. So, jetzt läuft es so, dass es für jede von den Invasionen, also es gibt Feuer, dann gibt es Frost, Gewitter und eine Erde. Also insgesamt vier Elemente gibt es. Und für diese gibt es jeweils ein Achievement, wo ihr nicht 1000, sondern 200 Gegner töten müsst. Ihr seht es auch, diese Mobs sind bei diesen Invasionen komplett die gleichen, wie sie auch normal sind. Also hier stehen die komplett gleichen Gegner. Nur haben sie hier so einen Buff drauf, dass sie mit Elementarmacht quasi verstärkt sind. Ich glaube, die sind dann auch einen Ticken stärker, nicht wirklich viel. Und sie droppen eine Ressource. Und die Ressource wird nachher auch noch interessant. Die Ressource ist folgende, Elementarüberfluss schimpft sich das. Und damit können wir auch verschiedene Items kaufen. Für die Grund-Achievements müssen wir jetzt, zum Beispiel jetzt hier, Taldrassus, sowohl eine Feuernvasion spielen mit 200 Gegnern töten, quasi eine Frostinvasion, eine Gewitter und eine Erdinvasion. Und dann, wenn wir alle vier haben, haben wir quasi ein Unterachievement, dass wir das abgeschlossen haben. Oder jetzt zum Beispiel hier in der Küste erwachen, haben wir diese vier Unterachievements. Diese Achievements wiederum gibt es dann in jeder Zone. Heißt, ich muss in der Küste des Erwachens alle vier Achievements machen. In Onara alle vier, in Azublauen Gebirge alle vier und in Taldrassus alle vier. Heißt, es gibt immer pro Zone vier Achievements mit 200 Gegnern töten. Dann gibt es ein Meta-Achievement. Und dann gibt es nochmal ein übergeordnetes Achievement, wo man dieses Meta-Achievement in jeder Zone absolvieren muss. Und ja, da kommen schon einige Achievement-Punkte zusammen. Dann haben wir da nämlich schon mal 21 Erfolge, quasi fünf pro Zone. Plus dann noch das Meta, was wir oben einmal gesehen hatten. Jetzt muss ich bloß mal nochmal gucken, wo wir das genau haben. Das müsste hier genau dieser Sturmjäger sein. Also einfach nur Viecher umhauen. Die Krux an der Geschichte ist, teilweise muss man halt relativ lang warten. Ich habe, glaube ich, jetzt fast zwei Wochen gewartet, bis ich dementsprechend endlich mal die richtige letzte Feuerinvasion in der Ebene von Onara hatte. Die wechseln ja immer wieder. Laut WoW-Head und Icy Vane steht, dass die zwei Stunden lang aktiv sind. Das stimmt auch. Und dann eine Stunde kein Event ist und dann kommen wieder welche. Und es sind auch immer zwei gleichzeitig aktiv, so wie ich das gesehen habe. Ich meine aber selber, persönlich hier gesehen zu haben, dass die teilweise Back-to-Back aneinander spawnen. Also, dass ihr zwei Stunden ein Event habt. Dann switcht, ist es woanders, zwei Stunden ein Event. Dann switcht und dann ist wieder zwei Stunden irgendwo ein Event und dann ist eine Pause. Aber sowohl auf Icy Vane als auch auf WoW-Head steht, dass es immer zwischen jedem Event eine Stunde Pause ist. Weiß ich nicht. Habe ich, glaube ich, irgendwie anders beobachtet. Ist aber auch relativ wurscht für das Ganze. Ihr müsst halt einfach schauen, welche sind ab. Brauche ich da noch die 200? Fliegt hin, macht die und weiter geht's. Theoretisch, falls ihr jetzt nicht im Spiel aktiv seid und es einfach nur so nachschauen wollt, welche aktiv sind, könnt ihr das tatsächlich auch auf WoW-Head schauen. Da gibt es dementsprechend auf der Startseite eine Übersicht. Ich kann das euch jetzt mal kurz zeigen. Ziehen wir das einmal rüber. Und zwar hier relativ weit oben, hier, wo auch die WoW-Markenpreis ist, seht ihr Elementarstürme. Dazu blaues Gebirge. Haben wir hier Luft oder Sturm, je nachdem, wie man es betiteln will. Und Hadrassus ist gerade Feuer. Müsst ihr natürlich hier auf EU umstellen, außer ihr spielt auf dem NA-Server. Da sind natürlich andere Invasionen. Und ihr seht, hier sind sogar gerade drei Stück aktiv. Also es müssen nicht nur immer zwei sein. Hier sind sogar an der Küste des Erwachens zwei verschiedene, aber einmal Wasser und Luft aktiv auf den Servern. Genau, also da könnt ihr es theoretisch auch nachschauen. So, dann haben wir jetzt erstmal diese Grund-Achiefments weg. Also insgesamt 21 Erfolge mit den ganzen verschiedenen Zonen. Dann gucken wir in das Meta-Achiefment rein. Sturmjäger ist das abgehakt. Dann haben wir Elementarer Überfluss. Ist eine relativ basic Sache. Es gibt ein Achiefment, dass man 1000 holen muss. 2500 und 5000. Das 5000-Achiefment war eine Weile am Anfang buggy. Das hat einfach nicht gezählt, obwohl man 5000 gefarmt hat. Mittlerweile hat es bis jetzt gefixt. Einfache Angelegenheit. Naja, ihr farmt halt einfach 5000 von dem Stuff. Ich kann euch empfehlen, das auf keinen Fall in Taldrassus zu machen. In Taldrassus gibt es zwei Spots. Einmal ein Türsholt. Die Mobs sind hier übelst kacke, weil ihr seht, es sind kaum Mobs da. Die kannst du beschissen zusammenziehen. Und vor allem diese Sephra-Kaisen, die casten so einen Cast, lasst, dass sie so eine Bubble um sich rum casten. Und die heilt alle, die drinstehen. Also wenn ihr hier, selbst wenn ihr es mal schafft, viele zusammenzuziehen, dann heilen die sich ständig wieder hoch, was halt übelst mühsam ist. Natürlich macht ihr euch das einfach und farmt das in der Gruppe, wenn ihr diese Ressourcen farmt. Und da gibt ihr einfach elementar irgendwas ein und dann seht ihr, da gibt es einen Haufen Gruppen, die das Zeug farmen. Das kann man auch im Raid farmen, aber nur wenn die Mobs Elite sind. In der Fünfmann-Gruppe könnt ihr theoretisch AFK dranstehen. Andere Leute tacken die Mobs an und töten die. Ihr könnt die looten. In der Raid-Gruppe könnt ihr die Mobs auch looten, aber ihr müsst jeden persönlich antacken. Solange die Mobs Elite sind, könnt ihr jeden antacken. Wenn die Mobs noch Elite sind, dann können die nur fünf Leute tacken. Also in der Raid-Gruppe macht es nur da Sinn, wo Elite-Mobs sind. Wenn ihr euch jetzt nur dieses Elementarzeug farmen wollt, dann ist es am sinnigsten zu warten, bis eine Invasion, wenn dann hier oben in der Festung nur Kut ist. Da sind sehr viele Gegner, dann kannst du 50, 60 von den Elite-Mobs zusammenpolen. Die können absolut nichts. Die kann nicht als Tank easy zusammenpolen und dann eredet man die einfach weg. Also hier geht es etwa zehnmal so schnell wie in Waldracken oben. Beziehungsweise nicht Waldracken, sondern Teil Drassos. Ich habe die Gebiete immer noch nicht so raus. Das ist super. Hier in der Küste des Erwachens gibt es hier oben einen Spot und hier einen. Die sind beide so mittel, würde ich sagen. Kann man machen, muss man nicht. Und in, ja, quasi in azurblauem Gebirge gibt es hier oben in der Brackenfellhöhle einen Spot. Der ist super. Da kannst du auch 50 Mobs zusammenpolen, relativ easy. Kannst du einen riesen Puls machen, kannst du super farmen. Und der zweite Spot ist hier unten. Der ist so medium, da kannst du auch ein paar Mobs zusammenpolen. Sind aber nicht viele Elite da. Und wie gesagt, die Elite-Mobs, das kann man nur in einer Non-Elite-Mobs, kann man nur in einer Non-Raid-Gruppe machen, um alle Tags zu kriegen. Und die Non-Elite-Troppen auch weniger. Also wenn ihr das Zeug effektiv farmen wollt, Raid-Gruppe hier oben. Und hier, das sind die beiden Spots, wo ihr auf keinen Fall farmen sollt, was der absolute Abfuck ist. Es gibt auch einen Angriff hier in diesem Zeit-Event, wenn wir da draufklicken auf dieses, ähm, auf diese Sanduhr, dann kann auch hier die Invasion drin sein, in dieser anderen Zeitlinie. Das ist absolut mies, das hier zu farmen, weil dann spawnen drei Mobs, da sind 50 Leute, die schießen die weg, dann müssen die wieder ewig warten, spawnen wieder vier Mobs irgendwo. Also das dauert Jahre. Also die beiden Spots hier in, ähm, Tal Drasso sind absolut mies, um das Zeug zu fahren. Gut, haben wir uns die angeguckt, dann haben wir noch ein paar weitere Erfolge. Also die beiden sind jetzt abgehakt, das waren 21, das sind halt drei, ne, 1000, 2500 und 5000. Dann haben wir vom Sturm verweht. Dafür müssen wir acht besondere Kreaturen während dieser Sturmereignisse töten. Ihr seht, ich hab schon einige gehütet, das sind einfach, ähm, quasi Rares, die auftauchen, äh, während hier solche Stürme sind. Die seht ihr auch auf der Map platziert, die werden auch angekündigt groß und die haben verdammt viel Leben. Die starten, glaub ich, mit acht, äh, mit sechs, sieben Millionen live, ne, und normalerweise mit solchen Rares, wenn dann mehr Leute draufhauen, kriegen die erst mehr Leben, wenn mehr als fünf Leute draufhauen. Bei diesen Rares ist es so, haut einer drauf, haben die sechs Millionen live, haut ein zweiter drauf, haben die zwölf, dreizehn Millionen Leben und die gehen mit jedem Einzelnen nach oben. Und dann fliegen da 50 Leute hin und dann haben die ein paar hundert Millionen Leben und es dauert Jahre, sie zu töten. Die sind nicht stark an sich, die machen zwar ein paar Sonderfähigkeiten, aber die sind jetzt nicht richtig krass, aber die haben einfach so einen riesen Live-Pool, dass es immer Jahre dauert, sie zu töten. Also, wenn hier so ein Rares aufploppt, ihr habt immer ewig Zeit, da hinzukommen, weil die teilweise dann 10, 15 Minuten leben, bis die dann mal von irgendwem umgehauen werden. Also, ja, ich kann euch ehrlich gesagt nicht genau sagen, wann die kommen, diese Stürme erscheinen und nach einer Weile kommen die Rares, ich weiß nicht, ob es irgendwie Mob-Counter ist oder ob es einfach ein interner Timer ist, ich habe keine Ahnung, aber wenn ihr quasi die anderen Achievements farmt, kriegt ihr die easy nebenbei. Also, ihr müsst eh nur acht Stück von denen machen und nicht alle, wie viel sind es denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, also sind es insgesamt 20, ne? Also es sind doch einige, die ihr hier quasi umhauen könnt. Gut, und dann haben wir noch einen letzten, und zwar, übrigens, ich habe diese Rares spawnen auf random, auf unterschiedlichen Gebieten, ne? Also da kommen anscheinend immer auch wieder die gleichen. Es ist jetzt nicht so, dass nur der eine Rare in dem einen Gebiet spawnen kann, das hängt aber glaube ich schon mit diesen, damit zusammen, welches Element quasi auftaucht, ne? Welcher Rare kommt. Genau, und dann haben wir das letzte noch, Sturm auf den Laufsteg heißt das, und was wäre das gedacht? Hier müssen wir quasi ein Set von diesen Urstimmen besorgen. Und da haben wir jetzt zwei Möglichkeiten, dieses Set zu holen. Und zwar, ihr wisst ja, wir können hier diese Ressourcen holen, die müssen wir ja auch für das Achievement holen. Und die Ressourcen können wir natürlich auch ausgeben. Und da gibt es jetzt zwei verschiedene quasi Stufen, wo wir das ausgeben können. Die erste Stufe ist, dass wir einfach diesen Elementarüberfluss bei dem Händler ausgeben können. Und dann kriegen wir ein Item Level von 3,59 war es glaube ich. Und wenn ihr euch da das komplette Set kauft, kriegt ihr das Achievement. Ja, so einfach ist es. Ihr könnt aber auch höheres Item Level holen. Wir fliegen jetzt mal kurz zu dem Händler hier hin. Ich meine, der war es. Gucken wir mal rein. Ich glaube der Typ hier war es. Genau, ihr seht, da haben wir hier einfach dieses ganze Zeug. Das könnt ihr kaufen. 3,59er Gear. Es gibt auch einen Mount und Pets. Die habe ich mir auch schon geholt gehabt. Auch schon ein Video gemacht, glaube ich, über das Mount. Und dann gibt es jetzt auch hier noch eine Möglichkeit, das abzugraden. Dann nehmt ihr einfach die Base-Teile von hier. Das sind immer die Dinger. Und dann gibt es noch so Upgrade-Siegel. Die kriegt ihr von Quests. Und zwar ist es so, dass es jede Woche von jedem Element quasi eine Quest gibt. Ihr haut ein paar Mobs um, dann droppt eine Quest. Quasi einmal eine Feuer-Quest. Dann kriegt ihr solche Sturmsiegel von. Müsst ihr einfach bei dem abgeben. Eine quasi einmal, wenn ihr ein paar Frost-Mobs umhaut, kriegt ihr eine Quest gedroppt. Dann bei Erde und was war das letzte? Blitz, ne? Und ja, dann kriegt ihr quasi diese Siegel und dann könnt ihr euch so Items auf 3,85er upgraden. Die haben hier übrigens auch einen Set-Bonus. Kann man mitnehmen. Ist ganz nett für den einen oder anderen Twink. Ich glaube, ich habe sogar auch so ein Teil tatsächlich aktuell noch an. Genau, hier haben wir das. Ja. Gut. Soweit dazu. Ihr habt aber auch die Alternativmöglichkeit, was ich gesehen habe, dass ihr dementsprechend diese Sets auch vollkriegen könnt mit dem PvP-Set. Und zwar gibt es das ganz normale PvP-Set da hinten mit dem eher nur Eroberungspunkte. Oder sind es Eroberungspunkte? Ich bringe es immer durcheinander, sage ich ganz ehrlich. Äh, doch, PvP sind Eroberungspunkte, PvE sind Tapferkeitspunkte, ne? Gut, ähm, es gibt aber hier auch ein Set, das ihr kaufen könnt über blutige Abzeichen. Und die gibt es einfach durch Open-World-Pvp-Aktivitäten. Es gibt auch tägliche World-Pvp-Quests, die droppen auch direkt diese Items. Und ihr könnt das Set auch abschließen, indem ihr quasi diese Teile kauft. Je nachdem, ähm, ja, wenn ihr die anderen Marken sparen wollt für jetzt Pads, die ihr zum Beispiel auch immer Haar verkaufen könnt, könnt ihr euch auch über das PvP-Set das Achievement holen. Ich kann euch das mal zeigen. Das müsste nämlich hier bei Vorlagen drin sein. Und zwar, Urelemente, seht ihr, wir haben da einmal, ähm, quasi Urstürme. Das sind diese blauen Items, die wir uns gekauft haben. Dann haben wir Kriegsmodus, das ist das, was ich euch gerade gezeigt habe. Und, ja, es gibt noch eine dritte Möglichkeit, gefertigtes Gear. Das ist quasi Stuff, was man craften kann, ja. Ähm, aber das macht halt gar keinen Sinn, sich das Achievement darüber zu holen, denn, also zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, ich nehme das jetzt hier relativ am Anfang der Expansion auf, dieses gefertigte Gear ist immer das, wo ihr einen Funken der Genialität braucht. Und ihr kriegt ja nur alle zwei Wochen einen Funken. Also, theoretisch könnt ihr es auch darüber zusammenbasteln, aber es wird halt einfach ewig dauern, bis ihr das komplette Set habt, weil ihr immer so einen Funken braucht, ja. Aber später in der Expansion soll man ja mehr kriegen und theoretisch kann man es sich wahrscheinlich dann auch darüber holen. Aber, ja, so viel nur zur Vollständigkeit. Genau, das war dann das Letzte mit dem Set und dann müssten wir alle Achievements zusammen haben. Jetzt gehen wir nochmal zurück zum Grunderfolg. Wo haben wir ihn hier? Äh, halt, das war er. Genau, dann haben wir alle Achievements fertig. Heißt hier 21 rüber über die ganzen 200-Kill-Geschichten. Hier drei Stück, sind wir bei 24. Dann haben wir das Set, sind wir bei 25. Dann haben wir quasi, ähm, vom Sturm verweht die Rares, sind wir bei 26. Und dann das Meta-Achievement, haben wir 27. Achievements insgesamt ist doch einiges an Punkten, was man da wirtschaften kann, mit eigentlich nicht sonderlich viel Aufwand, weil im Endeffekt, ihr klopft einfach nur ein paar Mobs um und könnt dann damit alles zusammenkriegen. Gut, damit wären wir am Ende von dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Farmen und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.